Wenn ein Bild statt so auf einmal so aussieht, genau das ist der Unterschied zwischen schlechtem und einfach klarem, scharfem Sehen, das man mit der IvoVision ICL erzielen kann. Sie möchten sich nicht länger von Kontaktlinsen und Brillen einschränken lassen? Erfahren Sie mehr über Ivo, die Evolution der visuellen Freiheit. Ivo ist eine implantierbare Linse, die ihre Sehkraft mit maximalem Komfort dauerhaft korrigiert. Ivo-Linsen aus biokompatiblem Colomer harmonieren perfekt mit ihren Augen, bieten Schutz vor UV-Strahlen und können bei Bedarf ausgetauscht oder entfernt werden. Im Gegensatz zu Korrekturmöglichkeiten, bei denen Augengewebe entfernt wird und trockene Augen die Folge sein können, wird bei dem Ivo-Verfahren eine Linse hinzugefügt, um höchste Sehqualität zu erreichen. Genau wie bei anderen Korrekturmöglichkeiten kann auch dieser Eingriff mit Risiken verbunden sein. Daher sollten Sie vor einem IvoVision ICL-Eingriff eine umfassende Augenuntersuchung vornehmen lassen und mit dem Augenspezialisten Ihres Vertrauens über mögliche Vorteile, Risiken und Komplikationen sprechen. Verbessern Sie Ihre Sehkraft und nehmen Sie die Welt ohne Kompromisse wahr. Sind Sie bereit für ein Leben ohne Brillen oder Kontaktlinsen? Vertrauen Sie auf Ivo, der Premium-Technologie mit außerordentlich guter Verträglichkeit, mit einer überragenden Sehqualität und mit über 99%iger Patientenzufriedenheit. Sie sind zwischen 21 und 45 Jahre alt? Dann sprechen Sie mit dem Arzt Ihres Vertrauens oder besuchen Sie unsere Website www.discoverivo.com und lernen Sie Ivo, die Evolution der visuellen Freiheit kennen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!